Ja Leute, es scheint euch wieder zu nerven, aber wieder ein sehr wichtiger Update, weil es höher geht, ne? Weil, ähm, es ist so, ich habe tatsächlich außerdem mein Alters gelöscht, also überschreitet, aber zu Glück konnte ich hier ein bisschen noch retten, meinen alten Code von gestern. Der ist tatsächlich noch im System drin, aber halt nicht mehr das, ähm, das Programm zum Aufrufen. Ja, das habe ich da jetzt alles nachgebaut, ein bisschen, wieder auch ein bisschen anders und so. Und ja, kleine Neuerung. Das kennt ihr schon, aber wenn ich mich bewege, gehe ich in die Kampfstelle zurück. Ja, ähm, das ist auch nicht so gefokust auf, ähm, was ich mache und das mit Bewegung, ähm, gedrückt halten, das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, dann habe ich irgendwas verpasst, falsch gemacht, aber naja. Das ist ja, Mini-Update, Wahnsinn, gleich. Von gestern wieder eine neue Emprufung, habe ich jetzt nicht gedacht, damit, dass ich das besser machen kann. Okay, mehr wollte ich ja gar nicht von euch, also, reinhauen. Von gestern wieder eine neue Emprufung, habe ich ja gar nicht gesagt, damit, dass ich das besser machen kann.